Stumpfen gegen die Nässe und ganz schnallhartes Ausdauer. Wenn man keine Luft kriegt und einer auf ein Eis geht, kann man entweder gleich aufrufen oder gerade jetzt erst reingestellt. Das ist ein Vorteil der hohen Reise. Er kämpft nur noch an Altersstrafe. Es ist ein Blick, dass wir Jungen die nächste Generation drin sind. Deswegen hat er nicht geheilt, dass wir Freunde daran uns noch mal zu zeigen. Er fängt dann immer an. Bei Freien. Ja, es ist gut. Der Hälfte. Das schmeckt nicht so perfekt. Ein wunderschöner Werkzeug, der die Kutter der Helm ist gemacht. Das ist der Weg nicht perfekt! Perfekt abbreitet. Ein wunderschöner Werkzeug, der die Kutter der Helm ist gemacht. Aber das klappt nicht immer. Direkter Treffer in die Brust für Schwarz. Ja, ja, ja. Bungate! Ich hab uns wieder ein bisschen anstrengend. Die Situation ist alles gegen die Jungs. Wo, 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 wo! Gut geht, gut geht! Nur ab und zu. Geh! 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 Applaus 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 Die Klappe ist in der Nähe von der Klappe. Die Kulto hat von der Kultusik in der Kultusik in der Kultusik. Sie haben den ganz richtigen Schuss ausgegeben, um den Körper zu machen. Die Radiatur lief nach festen Regeln. Das, was Sie gerade gesehen haben, konnte nicht passieren. Weil wir wollen einen schönen, spannenden Kaffee sehen. Das ist nur eine klassische Fahre. Komm, Martin! Seid so eins für schwarz! Kugnate! Ja, Schildarm wurde stark. Der liegt ja sehr stark! Der beruf war dónde ist eingeschlagen. Wer das aufbucken könnt, wird aber auf unserem Stand. Dann zwei zu zwei. Kugnate! Oh oh oh! Oh oh! Oh oh! Sieht, dass da ganz wenig Schutausfluss kommt, aber ständig ist hier im Weg. Sieht, dass da ganz wenig Schutausfluss ist. Sieht, dass da ganz wenig Schutausfluss ist. Sieht, dass da ganz wenig Schutausfluss ist. Sieht, dass da ganz wenig Schutausfluss ist.